Hau ich mir mal einen Medic auf den Kopf. Ich auch. Oh, guck mal, das KH. Ich hab immer noch meine AKH. Aber das ist eine Schnellschusspumpe, ne? Ja. Ich nehme die Pumpe mit. Wenn das für die Schutz bedeutet, will ich nicht wissen, was jetzt kommt. Oh, nochmal Muni mitnehmen, ne? Lade nach! Ja, nicht so schlecht wahrscheinlich. Autobahn ist aber nicht gut, da ist immer viel Menschenmasse und so. Na, eigentlich eher Autos, ne? Ja, aber meistens sind da aber... bei Autos sind meistens Menschen auch. Ach, alles ferngestörte Autos. Mhm, ja klar. Und genau, diese scheiß Waffe ist... Das hört sich so geil an, wenn der mit der Bratpfanne haut, ne? Ich glaub fast, wir müssen hier lang, oder? Lade nach! Lade nach! Sag nicht, das war jetzt meine Bratpfanne. Ne, du hast doch noch eine Bratpfanne in der Hand. Nein, ich meine, der Schaden da am Rücken. Ich hab keine Ahnung, vielleicht. Ich hab keine Ahnung, vielleicht. Ich bin vielleicht schon. Lade nach! Lade nach! Was für eine Bratpfanne hast du in der Hand? Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Schieß nicht auf mich! Du stehst neben mir und der sagt, schießt die auf mich. Wer weiß, wie die streut. In alle Richtungen scheinbar. Der war aber gerade im Smoke auf dem Dach. War ein Hunter unten. Habe ich. Ja, der muss mich bloß nicht anspringen. Ich habe doch gewusst, der würde wiederkommen. Oh, ich lauf da noch direkt rein in die... Von der Säure ins Feuer, super. Ja, ehrlich, schießen wir mal nicht aufeinander. Oh, hier ist ein Kettensäge. Eine Machete nehme ich mit. Eine Kettensäge an, ne? Oh, dann nimm die doch, mein Kollege. Im Wohnwagen sind welche. Korrektiere, waren welche. Oh, sonst ist hier nichts Interessantes gerade. Hier hoch. Bratwanne. Ne neue Bratwanne. Erst da mal was Neues. Die Bratwanne ist halt mal die beste Waffe im Spiel. Ja, bei den Schaden, den sie da macht, ne? Oh, ein Tank. Oh, der kommt viel hoch. Ich kann doch nicht so ernst sein, wieso rekt er denn nicht? Hinter dir. Boah, Charger! Warte, 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 jetzt. Schmarrt! Wieso schießt der dauernd auch nicht? Weißt du, da rettet man dich und dann beschwert er sich noch. Wieso schießt der dauernd auch? Der Charger mit der Bratwanne töten, das gefällt mir. Hast du den echt mit der Bratwanne getötet? Ja. Ja, wie geil. Von der Bratwanne. Also hier, die Männe-Eck ist irgendwo ein Jockey befürchtigt. Ne, hier unten geht's auch weiter. Ja. Oben war ich gar nicht. Wobei das eine gute Idee ist, nach oben zu gehen. Aber da ist, glaube ich, der Jockey. Ja, könnte gut sein. Brandmunition! Boah, weg hier! Oh, Brandmunition ist hier oben. Also, ich weiß, das ist zwar sexy, aber... ...Dauken braucht sie mich danach wieder nicht. Boah, Alter, was ist denn jetzt hier unten los? Oh, Waffen? Wow. Boah, jetzt geht's rabatsabend. Ich hab Brandmuni bei. Ja, dann hau mal hier hin. Der hat mich... Der wollte mich haben, die Drecksau. Ja, Brandmunition aufgestellt. Stefan, Brandmunition. Wir fordern nicht Brandmunition. Hier, wo ich bin. Hm, dann nicht. Der hat auch seine Bratpfanne. Ja, doch, stimmt. Brutzel, brutzel, brutzel. Oder eine... Oder eine brennende Barpfanne. Der Dat wäre auch gut. Ich sag mal, hat der bei mir... ...Selbst die Brandmuni nicht genommen? Könnte sein, ja. So ein Wiescheiße. Jetzt hat er sie genommen. Oh, ich bin hier runtergefallen. Ja, ob, dann müssten wir auch runter. So. Nein, Charger! Nein! Schon wieder mit der Bratpfanne. Boah. Jetzt nimmt sie mich die Kunde mit. Jetzt reicht's. Ja, ich hab kaum noch Munition mit der Scheißpumpe. Ist das Problem. Boah. Ah, du Kosch. Ach, du Scheiße. Boah, wo müssen wir denn hin? Da ist ne Leiter. Geht die jetzt hoch. Überall Alarm an. Ja, und ich hatte Witch. Oh, super. Irgendwie... ...haben Autos und du keine gute Verbindung zueinander. Ich war's, glaub ich. Nein, da ist nämlich so runter. Nee, ich mag sie nicht. Aber ich hör die Witch noch. Ja, ich auch. Und bei mir hier rennt ein Jockey rum aufgerechnet. Na, da kommt er zu euch. Oh, stirb, Alter, Matten. Jetzt hab ich nur noch einen Schuss mit der Brandmoni. Bin ich nicht schön. Nee, ich hab sie hier vorne. Ich hab sie gefunden. Ja, ja. Oh nein, jetzt hast du das Auto aber angehauen. Scheiße. Jetzt hast du sie wieder angelockt. Ja, Alter. Auf die Autobahn zu gehen war ne tolle Idee. Ja, ich hab's noch gesagt. Ich hab's ja gesagt. Mich auf die Witch. Nein, scheiße. Ey, jetzt schaut mal auf mit den Scheiß. Ja, gleich sind sie alle aktiv, dann ist es zu Ende. Ich greife jetzt die Witch an. Ich hab's ja nicht mehr viel. Ja, jetzt hat sie mich down gehauen. Oh, jetzt reicht's aber auch hier. So schön, nein. Warte, ich hab noch Molotow. Aber nicht auf Brochelle werfen. Wir müssen weiter. Nein, schon wieder. Oh, Alter. Ich hab aber auch kaum noch hier Leben, ne? Wo hab ich denn? Hardware gehört, das? Ich muss landen. Wir sollten hier mal weggehen aus der Ecke von den ganzen Autos. Komm mal mit hier. Stefan. Hopp. Ja, ich will jetzt nicht auf die Autos springen, sonst kommen noch näher. Ich hau jetzt mit der Machete. Kommen alle die Leiter runter. Ja, wir müssen da hoch, ne? Scheinbar. Boah, geh doch da hoch. Boah, komm her. Wo bist du denn da? Boah, hör mit dem Scheiß auf. Muss lang. Boah, ich wagerst du. Nehmlich. Erstmal heile ich mich jetzt. Rinden liegen noch. Ich hab nur Diefi dabei. Ja, erstmal muss ich mal heilen. Ich hol den Granatwerfer mal mit. Puh. Das war jetzt aber eine heftige Nummer, oder? Obwohl, Granatwerfer, obwohl wir sind zu dritt. Was? Ja, das war wirklich heftig. Scheiß Autos. Ja, die Autos. Come on, Friedhof. Ja. Jockey bei dir. Oh, ich geh jetzt da runter. Okay, okay, okay. Ich find, jedes Spiel wird besser, wenn ne Bratpfanne drin ist. Ja. Hier ist immer so ein Medi-Ding. Ja, ich komm mal mit der Rochelle zu euch wahrscheinlich, wa? Ja, wäre ganz gut. Junge, hör mit dem Scheiß auf. Hier ist noch ne Machete. Oh, hier sind Pillen und ne Spritze. Machete. Oh. Tabletten hauen wir mal rein. Hinter uns ein Charger. Oh, hinter uns. Mein Lieber, Mann, er mit seiner Bratpfanne hier, ne? Oh. Scheiße. Scheiße. Hier, Jockey, ich bin hier, kack da. Boah, mit der Granatwerfer. Dass die Rochelle den nicht runterkriegt, ne? Ja, das ist echt assi. Aber nur mit dem Granatwerfer ist echt krass, ne? Ja, und Pistolen halt, ne? Hier nicht ein Medi noch. Ich find's immer so lustig, wenn eine Bratpfanne genauso viel Schaden macht wie ein Katara. Nimm doch mal ein Medi, Smoke. Oh, yo, warte mal. Ja, das ist schon krass, ne? Joa, ist ein bisschen Banane, ne? Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Aber ist ja genauso, dass die Kettensäge genauso viel Schaden macht. Aber die Kettensäge ist aber geil. Ja, die ist schon cool. Die hat auf jeden Fall einen Style-Faktor. Ja. Nur, die geht so schnell leer. Gehnt sich gegen meine Bratpfanne auf. Keine Maniere. War's jetzt nicht down? Oh, Hunter. Warte. Wenn man es genauer nimmt. Geht's ja aber echt gut zur Futze hier wieder. Ey, griff. Ja. Oh, hier liegt noch, hier ist noch ein Medi. Oh, hier ist der Schussraum schon. Oh, hier ist der Schussraum schon. Oh, mal schnell hinterher. Hier liegt noch ein Medi rum. Ja, ich hab auch noch eins genommen schon. Ja, das kann nicht. Der kommt mal schnell. Hier, der kommt jetzt wie die Besörker da rein. Ja. Ja, genau so. Ja, genau so. Ich hab ja immer am wenigsten Infizierten. Ja, du rennst ja auch immer irgendwo in der Pampas rum. Ja. Mit deiner Bratpfanne. Ja. Die Bratpfanne kommt langsam. War ne Witch mit ma Bratpfanne kind. Das ist ne Kunst, denk ich. Ich glaub, das wird gar nicht möglich sein. Herausforderung angenommen.